Willkommen zurück in der Ahnenhöhle. Wir sind Level 39 und es geht weiter nach U93. Wir sind auf dem Endspurt. Die letzten paar Stockwerke der Ahnenhöhle liegen noch vor uns. Tja, aber ob wir gut genug gerüstet sind für den finalen Boss, bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Ich bin mir auf jeden Fall sicher, dass wir noch ein paar Drachen legen werden müssen, damit wir unsere Level noch ein bisschen erhöhen können, wie diesen Drachen da vorne. Die Treppe da ist schon sehr verführerisch, aber erstmal will ich mich natürlich noch weiter umgucken, ob wir nicht vielleicht noch irgendwo eine Flucherlösung oder sowas in der Richtung kriegen, damit wir vielleicht mal Maxims Waffe lösen können. Das wäre nützlich. Die Hoffnung habe ich noch nicht hundertpro aufgegeben, aber meine Hoffnung ist auch nicht wirklich groß dafür, es tatsächlich zu kriegen. Ich probiere es zumindest. Ein Frostbogen, auch nett, wenn wir die Waffe von Artea loslösen könnten. Wobei der Frostbogen jetzt auch nicht mehr nützlich wäre. Drei Türen. Hm. Wahrscheinlich drei leere Räume. Ich sehe es schon kommen. Oh, Moment. Hier ist noch ein Zwischenraum. Da könnte vielleicht wirklich eine Truhe drin versteckt sein. Jawohl, eine Truhe. Unglaublich. Ein Feuerball. Toll. Lohnt sich richtig. Drache laufe mal gegen eine Wand oder so. Sieht halt aus wie eine Wand. Das ist eine Wand. Braver Drache. Lauf gegen die Wand, du Drecksdrache. Kann nicht so schwer sein. Du musst noch einmal nach oben gehen, Mann. Dankeschön. So, da hätten wir zwei Kuppardrachen. Okay. Tötet sie, vernichtet sie. 173. Stabby, stabby. Okay, soweit so gut. Ein Level-Up. Äh. Ja, ne. Jetzt rück nach Norden und dann war es das wohl für dieses Stockwerk bereits. Wenn ich das richtig sehe. Vorne wäre noch ein Drache, den wir eben legen können. Sofern der Drache kooperiert. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Haha. Und es ist ein einzelner Silberdrache. Tötet ihn. Er glänzt. Level-Up, 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 Level-Up. Sehr gut. Okay, dann zaubern wir mal eben einmal stark, damit wir wieder voll sind mit der Truppe. Durch die Level-Up haben wir ein paar HP dazu gekriegt. Und es geht weiter mit Stockwerk Nummer 94. Okay, zwei Drachen direkt hier vorne. Theoretisch gut. Aha, sehr gut. Da hätten wir einen Rostdrachen und einen Glanzdrachen. Tschüss, Glanz. Patz, 190. Tschüss, Rost. Mehr Levels. Zumindest für den lieben Ehrlich. Ah, perfekt. Und der nächste Mob. Rosti und Glanz. Oh, Glanz ist weg. Bleibt noch Rost. Und Rost ist auch weg. Wunderschön. Noch ein paar Levels. Wenn wir ein paar Level erreicht haben, können wir mal einen Rostdrachen stehen lassen, um unsere Zornpunkte an denen zu erhöhen. Brauchen wir nachher für den finalen Bosskampf unsere Zornpunkte. Außerdem Buttermesser halten. Zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Kommt erstmal wieder in die Wand. Jetzt weiß ich nicht, bei welchem Schritt wir sind. Eins, zwei, drei. Eins. Ja. Ein Golddrache. Weg. Weg. Weg mit dem Golddrachen. Vernichtet den Golddrachen. Tschüss, Golddrache. Wunderbar. Das sollte ein großer Boost an Erfahrungspunkten für uns sein. Und level ab. Wunderschön. Außerdem wird das unglaublich viel Geld, das wir in der Arnhöhle niemals benutzen können. Da vorne gibt es nichts. Da ist noch ein Drache. Eins, zwei. Nein. Eins, zwei, drei. Nein. Eins, zwei, drei. Nein. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zapp, zapp, zapp. Zack, zack, zack. Und weg. Auch. Uah! Gut, dass er sich wegteleportiert hat. Drecks. Viech. Gehen wir aus dem Weg. Da hinten ist die Treppe. Ich will hier raus. Alter, da hinten geht es noch weiter. Okay, ich muss mich noch umgucken. Äh, Meinung geändert. Kraftwasser! Hey. Meinung umsonst geändert. Aber hier noch was in dem Raum. Öh. Öh. Okay. Das wäre auch gegangen, wie es aussieht. Aber das war es dann auch schon mit diesem Stockwerk. Da gab es nicht so viel. Weiter geht's. U95. Eine weitere Truhe. Ein weiterer Kraftrank. Du 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 du. Äh, da ist nix. Toll. Ganz toll. Hier ist allerdings ein Beschwörer, der gefährlich werden könnte. Und da hätten wir zwei Kupferdrachen. Also Rostdrachen, wie sie heißen. Dann stabben wir die mal weg. Stabby, stabby. Stabby, stabby. Wunderbar. Okay. Level up, level up. So langsam aber sicher müssen wir mal unsere Zaunpunkte erhöhen. Handaxt. Sonst finden wir nachher nicht mal passende, äh, Kupferdrachen-Mobs, mit denen wir das machen können. Also Rostdrachen. Kraftsaft. So, Kraftsaft ist okay. Denn, gehen wir direkt mal an den lieben Gui. Bier, Gui. Zaubersaft. Sowieso nix. Auch mal gegen die Wand oder so. Bitter Drache. Okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Nicht okay. Ah. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aha. Bist wie ich... Oh, ein Golddrache. Weg damit, weg damit, weg damit, weg damit. Wir überleben keine Runde mit dem Golddrache im Kampf. Level up. Zumindest für unser Kapselmonster. Okay, da unten haben wir noch einen, der steht da gut. Eins, eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Eins, zwei, drei. Zwei, drei. Hm, 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 hm. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aha. Jetzt haben wir ihn. Und es ist ein Doppelteam-Glanzdrachen. Nichts gegen Doppelteams. Wir sind imber. Okay, watz. Zack, töten, vernichten. Und noch mehr Level-Ups für die Party. Okay, so weit, so gut. Drachenjäger Maxim an der Arbeit. Ist ja noch irgendwas. Gang ist so lang. Ja, hier ist tatsächlich noch was. Oder auch nicht. Das hat sich total gelohnt. Gutes Stockwerk. Weiter geht's. Nächste Treppe. Nichts Interessantes gekriegt, außer ein paar Level dazu. Uh, 96. Zauberfrucht. Bisschen spät, wa? Okay, eine Zauberfrucht-Teils. Sonst irgendwas Spannendes. Ein Kraftwasser. Das ist total spannend. Hier sind noch nicht mal Mobs auf der Etage, wie es aussieht. Bisschen einsam. Wirklich ein bisschen einsam hier. Kraft-Sirup. Noch ein Raum. Uh, ein Drache. Oh, zwei Drachen. Und noch ein Raum. Okay, jetzt haben wir unser Gegner-Problem hoffentlich gelöst. Und drei Drachen. Aha. Und da haben wir natürlich zwei Glanzdrachen. Okay, müssen wir töten. Ich bräuchte jetzt ein Team aus Kupfern. Damit wir, ne? Kupfern können. Und die Kupfer unsere Zaunpunkte erhöhen können, die Kupferdrachen. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Ein, zwei, drei. Mann. Drache, da vorne ist alles voller Wand durch die Büsche. Du hast keine Lust, mal in einen da vorne reinzulaufen. Da. Schrecklich. So unkooperativ. Okay, da ist ne Wand. Nein. Nein. Ja. Und es ist wieder Doppelglanz. Mann. Okay, tötet sie. Weg damit. Watz, watz. Oh, das hat nicht funktioniert. Kapselmonster will auch nicht. Dann versuchen wir das nochmal, Lathea. Lathea, du hast noch einen Schlag. 80%ige Chance. Dankeschön. Level up, level up, level up, level up. So, nachdem wir uns soweit noch gestärkt haben, einmal bitte stark aufs Team. Und dann stehen wir wieder vor der gleichen Misere. Ist hier vielleicht noch irgendwo ein Drache, den wir leichter killen könnten? Mhm. Hier ist auf jeden Fall einer von diesen bekloppten Beschwörern. Bloß weg hier. Bloß weg. Alter, geh weg. Ich will dich nicht an meinem Arsch kleben haben. Geh weg, du Scheißbeschwörer. Ich hasse euch. Ah. Drache ist auf Kollisionskurs. Okay. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Aha. Und. Nope. Ein einzelner Glanzdrache. Wieder nicht nützlich. Level up für unser Kapselmonster. Komm schon, hier muss doch irgendwo ein scheiß Kupferdrache sein. Wenn es der da ist. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Da muss doch mal erstmal rausgehen, sonst wird das ja nichts. Okay, da sind noch zwei. Das ist schön. Koma gefunden. Jawohl, ja. Wenn wir unbedingt den Gegner einschläfern müssen. 1, 2, 3. 1, 2. Aha. Sehr gut. Wir greifen zuerst an und es sind zwei Kupferdrachen. Genau das, was ich haben wollte. So, da. Also, Rostdrachen. Zack. Okay. Solan-Wert ab. Maxim-Wert ab. Mega-3-zack. Und geil-Wert ab. Und nichts mehr weg hier. Fegefeuer. Genau das will ich haben. Genau das wollte ich haben. Perfekt. So, Team hat ordentlich Schaden genommen und wir flüchten. So, dann muss unser Kapsel-Monster einmal weichen. Äh. Sei mal so lange du landen oder so. Und dann setzen wir stark auf die Truppe ein. Genug MP haben wir ja. So. Jetzt würde ich gerne normal gegen den Campen, wenn's geht's. Dankeschön. Fegefeuer. Er ist nett zu uns. Er benutzt Fegefeuer. Das ist nicht unbedingt garantiert. Okay. Damit haben wir ordentlich Zaunpunkte geladen. Aber wir brauchen noch deutlich mehr. Befürchte ich. Also, schnärken wir das Team wieder zurück. Äh. Okay. Ach, wir sind zu schnell. Oder wir können zu schnell sein, wenn wir Glück haben. Artea, du musst langsamer sein. Mach mal deine Wasserkralle hier weg. Und ja, doch, mach auch das Goldauge weg. Weg, hab ich gesagt. Ich will keine Satyrio wieder sehen. Dann sollten wir auf jeden Fall langsamer sein als er. Jetzt muss er nur weiter sein, äh, Fegefeuer einsetzen. Sonst wird das nix. Ein Hornjuwel. Kapselmonster hat wieder erlesen den Geschmack. Vor allem den Dulan. Weil er zwar Amok-Klingen gekriegt hat. Oh, wir hatten einen Kampfvorteil. Naja. Auch egal. Schon wieder Kampfvorteil. Müssen wir halt eine Runde verteidigen. 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 Fischbiss. Was? Gute Arbeit, Dulan. Spiegel. Ey, es ist das nützlichste überhaupt, was er machen kann. Gar nichts. Aha, er kommt mal frontal. Wie, wir sind immer so schnell? Meine Güte. Du bist ein Lahmarsch. Okay. Greif dir der Maxim an. Greif Atea an, Mann. Oh, er will einen Silberpanzer. Und wir hätten einen Silberpanzer. Aber ich fütter den blöden Fischer nicht. So weit kommt's noch. Okay, Silberpanzer braucht er auch noch ein bisschen. Ja, aber das war jetzt nicht der gewünschte Effekt. Kommt schon, er kann nicht so schwer sein. Langschwert. Haben wir auch. Fütter ich nicht. Spiegel. Spiegel. Dude. Kooperation. In den ersten zwei Runden war sie so gut. Jetzt hast du komplett abgebaut, mein Freund. Das geht doch nicht. Flüchten. Geil. Jetzt stellen wir Atea mal in die Frontreihe. Äh, Gruppe. Atea, sei mal Maxim für eine Weile. Äh, hab ich überhaupt geheilt? Ne, ich hab Geil nicht geheilt. Ist aber auch egal. Spiegel. Ist nicht so, dass er sich wehren würde oder so. Geil überlebt sowieso. Egal, was der Drache macht. Also lassen wir den ruhig so. Yes, er hat Atea angegriffen. Perfekt. Flüchtet's. Okay, noch ein kleines bisschen. Atea, wieder hochheilen. Äh, und weil wir gerade dabei sind, auch mal eben Geil wieder hochheilen. Okay, nochmal bitte. Das ist Dulan, das bringt gar nichts. Dulanhauen ist völlig nutzlos. Hallo, Dulanhauen ist völlig nutzlos. Hör auf Dulan zu vermöbeln. Der tut nichts, der will nur spielen. Alter. Der hasst Dulan. Hat er gegen unseren Fisch? Okay, ich nehm schon raus. Ist ja gut. Hier. Dulan ist weg. Ist jetzt besser? Kannst du jetzt wieder Atea aufkloppen? Jetzt hab ich ein schnelles Kapselmonster genommen. Jetzt sind wir schneller. Ah, hier. Nimm Fumi. Das ist ein lahm Arsch. Und jetzt geht er auf Guy. Na doll. Machst du gut, Kupferdrache. Ich bin total stolz auf dich, mein Freund. Jetzt lasst doch Guy in Ruhe. Jesus. Ist doch nicht so schwer. Du sollst nur Atea einmal voll in die Fresse hauen. Das ist alles, was ich will. Dass Atea einen Schlag in die Fresse kriegt. Nö. Lieber auch mal auf Maxim kloppen, der da hinten rechts irgendwo in der Ecke steht. Geht ja wohl nicht an. Komm, Drache. Sei mal weniger nutzlos. Mal gucken, ob wir einen Fumi-Schlag zu sehen kriegen. Na, er greift nochmal an. Für was? Und Zalan. Wir haben seit geraumer Zeit keinen seiner Untergangsattacken mehr gesehen. Zalan wieder hochheilen. Hm. Komm her. Alter, komm her. Da komm ich halt her. Wann hab ich halt den Kampfvorteil. Werd ab. Werd ab. Werd ab. Werd ab. Pomp. Ja, süß. Als Drache kriegt er erstmal einen in die Fresse geschlagen von dem Drachen. Mann. Komm her. Flüchten. Fegefeuer. Na, endlich. Kriegen wir da Zornpunkte. Und zwar... Oh Gott. Sogar genügend, dass wir voll sind. Ja. Sie in die Frontreihe zu stellen hat einen ordentlichen Unterschied gemacht. Ah. Kapselmonster zurück wechseln. Und... Zauber. Heilen. Stark, stark, stark. Und Rüstung wieder ändern. Goldauge wieder rein. Und Wasserkralle wieder rein. Und die Gruppe ändern. Maxim wieder nach vorne. So. Und dann töten wir den Kupferdrachen jetzt. Wir greifen sogar zuerst an. Step. Ah, wunderbar. Hätten wir das Problem gelöst. Eins, zwei, drei. Zack, zack. Und es ist... Noch ein Doppelteam-Rostdrachen. Ja, jetzt kommen sie. Jetzt, wo ich sie nicht mehr haben will, jetzt kommen sie. Jetzt hätte auch ein Golddrache bei sein dürfen, den wir für die Erfahrungspotik killen. Aber gut, dann killen wir halt die Rostdrachen. Gucken wir nochmal Level. Ist auch schön. Okay. Ebene U97. Es geht tiefer. Kraftwasser. Wenn wir jetzt durch irgendwas sterben. Gott, das... Das wird... Ärgerlich. Sehr ärgerlich sogar. Wenn jetzt irgendwas noch passiert. Ist die Treppe. Oh Gott. Ganz langsam laufen. Champion gefunden. Okay. Ein bisschen spät für Champion, aber danke. Vielleicht können wir es sogar noch wirklich gebrauchen. Wer weiß. Engelsflügel gefunden. Okay. Die Dinger heilen nur. Ist also nicht so unser Ding. Drei. Eins, zwei, 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 drei. Ach. Hätte ich mal da stehen geblieben. Eins, zwei, drei. Ich möchte wissen, ob hier oben noch irgendwas Interessantes drin ist. Wie dieser Heiltrank. Es wäre echt schön, wenn wir unseren Fluch aufheben könnten oder so. Äh. Fokus gefunden. Fokus gefunden. Na toll. Schlechter Instant-Death-Zauber. Äh. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Aha. An die Wand mit dir. Glanz-Drachen-Team. Zack. Wunderschön. Zack. Okay. So weit, so gut. Was haben wir hier? Nix. Nix mit einer Ladung. Gar nix. Einen Drachen, den wir besiegen können. Aha. Aha. Zwei, drei. Eins. Eins, zwei. So, eins, zwei, drei. Na, der kommt sowieso viel zu weit in meine Richtung. Lassen wir den Dreck. Das könnte nur noch gefährlich enden und das lassen wir sein. Gehen wir lieber mal die restlichen Räume hier vorne noch erkunden, die wir hatten. Hier war zum Beispiel noch eine verschlossene Tür. Aber hier waren wir schon. Äh. Äh. Angst. Ich hab. Okay. Ebene U98. Konfusio. Total nützlich. Ach, Höhle. Man gibt's mir wieder für den Dreck auf den untersten Etagen. Heilpanzer gefunden. Aha. Dankeschön. Außerdem Kraftwasser. Äh. Kraftwasser. Äh, shit, Jesus. Völlig leerer Raum. Freund jedes Luvia-Spielers. Okay. Haben wir hier Feines. Schauen wir mal nur einen Drachenraum. Lassen wir den erstmal in Ruhe. Irgendwelche Beschwörer. Nö, aber ein Kraftumhang. Könnte nützlich sein. Da ist die Treppe. Gulp. Kein Beschwörer. Sehr gut. Kraftsirup gefunden. Okay. Nicht mehr weit. Haben's fast geschafft. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Geh nach oben. Nach oben. Dude. Drecksdrache. Halt nicht. Hm. Toll. Hat sich auch total gelohnt. Hier ist nix. Können wir aber außen rumgehen. Müssen wir auf Blut aus, wa? Hallo? Ne. Der will mich umbringen. Merke ich. Der will mich umbringen. Drei. Geh's wieder an die Wand. Geh's wieder an die Wand. Und. Nein. Nein. Zwei. Drei. Und. Zwei. Und da hätten wir noch ein Gold und einen Silberdrachen. Hey, das klingt tödlich. Stabby, stabby. Okay. Noch ein Watz. Und. Okay. Erledigt. Boop, 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 boop. Ich glaube, wir haben alles von diesem Stockwerk, oder? Befürchte ich. Nein, Moment, da geht's noch weiter. Ich würde ja gerne noch irgendwas finden. Nope. Das ist nur die andere Seite von dem einen Drachenraum, die ich schon gesehen habe. Okay. Dann lassen wir es jetzt. Auf geht's. Ende der Ahnenhöhle. Wir haben es erreicht. Das finale Stockwerk. Wir müssen uns ausrüsten. Maxim ist total am Arsch mit dem, was er hat. Er ist echt... Der ist so am Hintern. Das kann man nicht anders sagen. Äh... So. Das Düsterjuwel hilft dir nicht bei der Angriffskraft. Also viel Spaß mit mehr Angriffskraft. Der Superpanzer. Haben wir irgendwas, was besser für den Angriff ist, oder so? Gibt der Superpanzer überhaupt irgendwas an Angriffsstärke? Das sieht nämlich nicht so aus. Der Superpanzer kann auch nichts. Das heißt, der Superpanzer macht gar nichts für uns im kommenden Kampf. Haben wir irgendwas mit einer sinnvollen Fähigkeit? Magiestaub. Magiestaub. Äh... Elixier hilft nicht. Kraftjacke. Gegokraft. Kraftquelle. Die Kampfkraft aller Kämpfer. Und füllt die KP-Umfangs. Vielleicht. Wer weiß. Äh... Mhm. Äh... Sie hat die Luftpeitsche drin. Dabei wird es wohl auch bleiben, weil das ist ihre stärkste Waffe. Mit der Frostbeule. Donnerjuwel. Macht das irgendwas Sinnvolles? Gibt mehr Angriffskraft, ja. Sollte das Donnerjuwel an ihn gehen? Ja, das Donnerjuwel sollte wohl eher an ihn gehen, schätze ich. Sie greift ja wahrscheinlich dann auch an, ne? Weil sie ist jetzt... Wir haben nur zwei gute Kämpfer. Also ich kann das Donnerjuwel genauso gut benutzen eigentlich. Hm. Das Auge des Golddrachens... Gibt... Angriffskraft plus. Äh, das wäre sogar noch besser. Dann... Gehen wir das Ding wohl eher rüber. Dann kriegt sie das Goldauge nämlich. Und er kriegt das Donnerjuwel. Und Maxime kriegt den Gorgonenstein. Gorgarnstein, wie er hier heißt. Äh... Was sie kriegt, ist vollkommen schnuppe. Das Juwel ändert nämlich gar nichts. Diese Juwel-Schattenmacht trifft alle Gegner. Ist wahrscheinlich nicht nützlich. Wasserkralle kann den Wasserwall. Geisterkleid kann die Kraftquelle. Die wird wohl nützlich sein. Hm. Ja. Sieht nicht so aus, sonst könnten wir noch irgendwas verbessern. So. Dann unser Kapselmonster muss hoch. Ich glaube, wir haben keine weiteren Früchte gefunden, die uns irgendwie helfen könnten. Ich schaue nochmal. Sonne, Stern und Zauber haben wir. Na, sind alle nicht nützlich. Bin ich mir relativ sicher. Nur um auf absolut Nummer sicher zu gehen. Nein. Nein. Nope. Und... Nein. Nope. Nein. Okay. Keine Chance. Wir könnten ihn aber immerhin auf Stufe 4 hochbringen. Unseren geliebten Ehrlich. Denn Instant Death wird uns nicht helfen. In diesem Bosskampf. Wer hätte es erwartet. So. Einfach nur, weil es Spaß macht. Zack, zack, zack. Äh. Eilsirup. Zack, zack, zack. Haben wir noch irgendwas an Stats-Zeugs? Zauber. Nö. Haben wir nicht. Wir haben unsere Gotteshand. Oh ja. Spassensalber. Wir haben eine Gotteshand. Jetzt nicht mehr. Äh. Okay. Soweit, so gut. Äh. Wie sollten unsere Kämpfer stehen? Moment. Wir können unsere Gruppe verändern, schätze. Äh. Selan muss nämlich tatsächlich, weil sie eine der stärkeren Angreiferinnen ist, dann in die vordere Reihe mit Guy. Und Maxim bleibt eher mit hinten stehen. Wie ist unsere Angriffsreihenfolge? Die wird auch wichtig sein. Äh. Es ist... Es ist... Athea... Athea Selan Maxim Guy. Athea Selan Maxim Guy. Okay. Wie leer der hier ist. Das ist unglaublich. Kann er echt gar nix. Können wir irgendwas zaubern? Kann er irgendwas Sinnvolles? Maxim, du wirst so nutzlos für diesen Kampf sein. Das ist lächerlich. Drache. Frostfee. Er hat einen Invert von dumm wie Brot. Ich schätze mal, wir können den Invert nicht irgendwie hochziehen. Wir haben ja keine Ausrüstung für den Kerl. Das ist so ärgerlich. Wir können nur Stahlsalve benutzen. Stahlsalve ist alles, was wir mit ihm machen können in dem Kampf. Ech. So dreckig ist das. Okay. Wie sieht es mit Athea zumindest aus? Sie kann... Nur Dabba, glaube ich. Haben wir nur Dabba nicht gelernt? Ja. Aber wir haben auch Frostfee und Phönix. Also wir können Frostfee wirken. Das ist das Beste, was wir gekriegt haben. Ja. Also sie hat Frostfee. Denn angreifen kann sie auch nicht mit dem Hackebein in der Hand. Haben wir noch irgendwas, was die Int von ihr weiter erhöhen könnte? Nö. Kann sie alles nicht ausrüsten, was Int erhöhen könnte. Joa. Glanzrüstung. Du warst Ego-Kraft 2. Bringt ja auch nix. Haben wir noch irgendwas für sie. Füllt KP auf. Heilruf. Eisenmantel. Magiestaub. Wir haben noch ein Geisterkleid mit noch einer Kraftfelle drin. Das ist wohl das Sinnvollste. Hat schon ein Geisterkleid. Er kann halt nicht wechseln. Nimm halt auch ein Geisterkleid rein, wa? Geisterkleide für alle. Haben wir sonst irgendwas Sinnvolleres? Ich glaube nicht. Ups. Verdrückt. Äh, Ego-Kraft 2, Kraftumhang, Engelsflügel hat Ego-Kraft 3. Äh, und der Wunderschlaf. Nö. Das hilft definitiv alles nicht. Okay, ich denke, wir sind alles durchgegangen, was wir haben. Ich denke, wir wissen jetzt, was die besten Aktionen aller unserer Kämpfer für den kommenden Kampf sein werden. Wir haben unser bestes Kapselmonster drin. Unser Team ist Level 46, unser Kapselmonster ist Level 45. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder zum finalen Kampf der Ahnenhöhle. Beziehungsweise zum ersten Abschlusskampf. Ich bin gespannt, ob wir stark genug sein werden, um den Boss zu legen. Ich bin echt gespannt. Ich habe keine Ahnung, ob wir genug zusammengesammelt haben oder nicht. Bis zum nächsten Mal. See ya.